so hallo zusammen rupi hier schön dass ihr wieder reinschaut ja heute bei mir auf dem tisch das niegelnagende neue horseclub magazin von schleich erschienen im blue ocean verlag ich habe das hier mal vom heft gelöst damit ihr die titelseite mal komplett seht ja hier muss ich sagen habe ich mal ganz kurzen halbseitigen schlaganfall bekommen ja vorm heftregal bei der händlerin meines vertrauens und sie musste mich etwas stützen denn als ich den preis gesehen habe ja da da seht mir doch mal kurz die kniescheiben implodiert denn ja leute das hier ist die nummer 47 und die kostet 6 euro 99 7 euro junge aber auf dem zweiten blick relativiert sich das dann wieder ja und man erholt sich relativ schnell die kniescheiben heilen und der schlaganfall ist auch schon wieder weg ja denn wir haben hier dieses mal kein fohlen mit dabei sondern wirklich ein großes pferd von schleich ist eine originalfigur in der limited edition furioso heißt der gute und jetzt mal ganz ehrlich also ich kenne mich eigentlich nicht so mit den schleichpferden aus aber wenn schwarzes pferd rauskommt schwarzer hengst steigend oder halt so galoppierend dann interessiert mich das immer dann gucke ich das sehr gerne an und ich dachte den kennst du doch ist limited edition aber du kennst denn doch ja und ich habe einfach mal kurz nachgeschaut und siehe da hier zack es gibt ihn schon und zwar 13923 bura raza oder raza española hengst das sieht man nach sorry wenn ich hier was falsch ausspreche ich kenne mich hier nicht aus aber das ist dieser hengst hier die pose die mähne der schweif es ist alles exakt genau gleich und ja was ist denn da eine limited edition also ich meine auch er hat eine blässe hier vorne auf der stirn und hier haben sie sogar die hufe noch ein bisschen grau bemalt fragezeichen also ich habe hier nur dieses bild und hier haben sie nicht mal die hufe bemalt und er hat auch eine blässe hier vorne ob die blässe ein bisschen anders ist als die ich kann es nicht richtig sehen hier ist halt ein fleck und streifen der runter geht aber das ist doch eigentlich weiß ich auch nicht ist es eine limited edition eine richtige limited edition nicht mal die hufe bemalt ja keine ahnung ich werde es im lauf des videos auspacken und mit euch anschauen ist auf jeden fall ein schönes pferd es ein hengst ist kann ich euch doch ist ein hengst alles klar hier die glocken von roh man sieht sogar hier ein bisschen durch ne ja okay alles klar ihr jetzt in diesem magazin mit drin ist richtig schwer ist ein original schleichpferd und darum auch der preis wenn ihr euch überlegt was schleichpferde normalerweise kosten ja hier habt halt auch noch ein magazin mit dabei 699 das ist dann schon wieder okay da gibt es eigentlich gar nichts zu meckern so das hier ist das cover wir haben zehnseitiges comic mit dabei zwei super poster steckbrief tresan chris auch das weiß ich nicht deutlich wie sie es richtig ausspricht ihr könnten wurf spiel machen und ihr könnt auch was tolles gewinnen ich glaube wer den preis hierfür kennt der weiß dass es sich lohnt bei dem gewinnspiel mitzumachen ja dann lasst uns hier mal ganz schnell reinschauen es geht natürlich los mit werbung merchandise entdecke den reiterhof von horse club schon gewusst die spielsets können sogar kombiniert werden natürlich ist doch klar hier haben wir auch schon kleines mini spiel und als kleine fohlen ist wohl hungrig kannst du ihm den weg zum futter zeigen so dann haben wir hier auch noch ein paar sets den reiterhof die sattelkammer und die pferde box mit stute und fohlen ja dann hier willkommen im horse club inhalt wissen und welt tresan chris pferde auf tour lauf kleines fohlen lakeside award hannah selbstgemacht meeresrauschen schwing die hufeisen schnipp schnapp hannah und giant wir haben das comic sabotage auf der hengstschau spiel und spaß und wieder jede menge zu tun zu basteln zum spielen zu entdecken und natürlich das lieblingsthema wer sich dieses magazin hier kauft pferde pferde und pferde richtig ganz genau steckbrief haben wir hier vom tresan chris drin dann blättern wir hier mal ganz schnell weiter und hier haben wir auch schon das porträt edle spanier die zucht dieser schönen pferd ist etwas ganz besonderes warum lies selbst hier gibt es einen steckbrief tresan chris ist ein hispano anglo-araber herkunft spanien größe 150 bis 165 cm farben alle farben außer schecken charakter schlau sensibel und feurig und entsprechend galoppiert der hier auch über die wiese schönes bild by the way und ja hier unser extra natürlich der pura raza espaniola hengst furioso ist wie der tresan chris ein spanisches pferd blättere um und erlebe seine abenteuer hier können noch ein bisschen was lesen hier gibt es ein rätsel dann gehen wir hier gleich auf die nächste seite und hier seht ihr mal die ersten zwei seiten vom comic sabotage auf der hengstschau ja das comic ist eher einfach aber dennoch routiniert gezeichnet und furioso ist natürlich auch mit dabei ich halte ein bisschen näher vor die kamera hier seht ihr hannah und ihre freundin und so sieht das ganze hier aus natürlich entsprechend schleich geschichten hier mit eingebaut wunderbar wie man es halt gewohnt ist so das comic wie schon gesagt zehn seiten wir blättern weiter richtung heft mitte und ja hier haben wir ein poster drin und hier haben wir meeresrauschen ihr seht schon das hier ist ein bild wo er einige sachen ausmalen könnt als erstes schauen wir uns mal hier das poster an und hier haben wir unseren schwarzen hengst pura raza espanola wild und frei es ist doch mal ein schönes bild oder ja hier habt ihr dann gleich das original und könnt dann mit eurer figur hier vergleichen so auf der rückseite haben wir noch ein poster zusammen schaffen wir alles auch schön gezeichnet ist es hannah für hannah sein also sorry seht's mir nach ich kenne mich da nicht so aus hat hier auch eine blässe und hier weiß also da fällt schwer was man hier aufhängen möchte den pura rasa den schwarzen hengst oder doch lieber hannah so dann hier haben wir dieses bild das können wir ausmalen und hier steht na nun wo ist denn hannah schau mal auf seite 26 also im ganzen heft findet ihr immer wieder bereiche wo ihr bilder einfügen könnt die finden wir ein bisschen weiter hinten da gehen wir gleich hin die könnt ihr ausschneiden und entsprechend passend an die richtigen stellen kleben und hier die pferde mit ihren reiterinnen ausmalen was gibt es schöneres als ein entspannter tag am strand male den horse club aus die möbe könnt auch noch anmalen ja und da gehen wir hier doch mal ganz schnell auf die seite 26 die haben wir hier und das hier wäre das gesuchte bild für seite 21 hannah auf ihrem pferd was wir hier ein kleben können aber ihr seht schon weitere ausschnitte die hier an verschiedene stellen im heft eingeklebt werden können hier steht auch schnipp schnapp schneide die motive aus und klebe sie auf die richtige seite und hannah könnt ihr hier auch noch anmalen so dann schauen wir uns aber noch mal zwei seiten an und zwar hier pferde auf tour natürlich ein riesen schleich set mit dabei wenn pferde verreisen gibt es eine menge zu beachten und eine menge ja zum bauen zum spielen zum spaß haben und natürlich zum sammeln wenn du mit pferden auf tour gehst solltest du dich gut vorbereiten alles klar machen für eine sichere reise schritt für schritt eins nach dem anderen damit ihr gut ankommt also hier gibt es auch einiges zu lesen und wir schauen es noch mal zwei seiten an nämlich das hier hier haben wir so eine kleine rubrik lauf kleines fohlen das hier ist schon mittlerweile teil 18 und hier haben wir einiges über fohlen über gangarten und auch hier gibt es wieder sachen zum einkleben ja dann geht es ja weiter mit dem coolsten cowgirl müsste auch hannah sein wild west reiten und hier gibt es den lakeside award das wollte ich euch einfach noch mal kurz zeigen und dann hier ein vorschau aufs nächste heft und hier sehen wir unser extra monty ist ein tinker ist wieder ein fohlen okay dann hier gibt es noch ja ein wortspiel vorder und rückseite das zum magazin 36 seiten wie schon gesagt die nummer 47 kostet in deutschland dieses mal 6 euro 99 dafür haben wir aber auch die limited edition dabei von furioso und den schauen wir uns jetzt hier mal an ich sage das ding ist richtig schwer ist richtig groß und schon mal richtig erschienen hier halt als limited edition ja ich schneide es ganz einfach mal kurz auf und dann schauen wir uns dieses wunderbare teil hier aus der nähe an so und hier haben wir ihn furioso schwarzer hengst vor schwarzem hintergrund was haben wir hier für eine größe ich möchte es als erstes mal aus von den ohren bis zum schweif würde ich mal sagen 14,5 cm und eine höhe hier an der mähne gemessen von gut 11,5 cm ihr seht ist also eine große nummer und er hat auch sein gewicht er kann stehen das ist schon mal sehr sehr gut die beine hat es nicht verzogen denn es ist wirklich sehr gut verpackt ihr habt hier ein blister und auch noch ein innen blister damit sich hier nichts verzieht also das haben sie sehr gut gemacht was die verpackung angeht so dann gehen wir hier mal schritt für schritt alles durch die mähne wurde hier herrlich wild skulpturiert ihr seht sind auch löcher oder lücken drin was mir persönlich immer sehr gut gefällt das macht das ganze noch ein bisschen ja lebendiger irgendwie die mähne man kann hier die einzelnen strähnen erkennen das haben sie schön gemacht auch hier vorne um die ohren geht hier ebenfalls noch mal eine strähne oder zwei strähnen drüber die ohren da haben sie nichts bemalt hier vorne ist die blässe ja sieht aus wie ein tropfen so rum und der druck ist nicht ganz hundertprozentig wie ihr seht ist ein bisschen aufgerissen aber gut das wirkt dann etwas natürlicher ist vielleicht beim richtigen pferd genauso die augen groß haben sie aber extra noch mal mit einem schwarzen lack bemalt das glänzt sehr schön also das ist schon deutlich zu sehen große nasenlöcher die nüstern das maul ist hier auch schön angedeutet es ist kein grinsendes pferd gott sei dank sehe ich hier eine gussnase oh ich sehe hier eine gussnase die kann man noch ein bisschen weg machen weg schneiden oder ganz zart weg feilen aber gussnase bei einer schleichfigur das sieht man nicht wirklich gerne muss ich ehrlich sagen ja gerade wenn die figur halt auch ein bisschen was kostet aber hier kommt das auge hier ist tatsächlich wenig schwarz drauf seht ihr das hier ist es besser hier sitzt der druck 100 prozent hier ist es tatsächlich nur ein schwarzer tupfen kann man das sehen also das auge ist nicht ganz ausgefüllt hier ist nur ein kleiner schwarzer fleck drauf auch das naja naja sagen wir mal dann das fell wurde hier ganz leicht skulpturiert ganz zart das finde ich schon okay auch wie die mähne hier aufhört hätte gern noch ein bisschen wilder sein dürfen aber ja komm was man sehr schön sieht sind die abgesetzten oder angedeuteten muskeln das ist klasse was die länge der beine angeht kann ich euch jetzt nicht zu 100 prozent sagen stimmt es sind sie ein bisschen zu kurz hätten sie länger sein müssen kräftiger ja wir können höchstens noch mal auf unser poster schauen wartet mal das ist das noch mal angucken aber wie es aussieht ist es schon okay mit den beinen hatten wirklich kräftigen körper und etwas lang gezogenen kopf und kräftigen hals aber die beine das kommt eigentlich schon hin würde ich jetzt mal sagen von dem her wenn man das so sieht ist es schon echt eine schöne skulptur der kopf hat nicht ganz die form wenn er mich fragt aber hat einen schönen kräftigen hals hier die die muskeln und das alles schön angedeutet auch an der brust schön kräftig gearbeitet die haltung dieser trab der gang scheint mir recht natürlich zu sein ja leider haben sie hier halt die hufe nicht nur mal denn das sieht man auch hier hat auch mal das poster ins bild ihr seht es wir haben hier eher ein grau ja an verlauf und das fehlt hier halt komplett und wie es aussieht wurde das bei diesem bild hier gemacht ich mache ein bisschen größer seht ihr das das wirkt heller die hufe also haben jedoch wenigstens noch ein bisschen was bemalt was hier komplett weggelassen wurde okay also die hufe sind ja komplett schwarz sie haben hier definitiv nur die augen und die blässe getupft sonst gar nichts das war's okay ja aber ansonsten ist jetzt ja schön die erhöhungen vertiefungen die angedeuteten muskeln das ist schon echt schön gemacht die länge der beine wie schon gesagt ja doch da bin ich jetzt dabei die hufe sind auch nicht glatt sondern auch hier sieht man so eine leichte unruhige struktur auch das gefällt mir eigentlich recht gut von vorne sieht es ebenfalls wirklich schön aus auch die pose vom kopf die ganze stellung dieser trab ähnliche gang hier oder wie auch immer ihr das interpretieren wollt das finde ich ist doch sehr schön gelungen ja auch von dieser seite noch ein blick drauf jetzt trotz allem trotz der guten verpackung doch einige stöße seht ihr das hier auf sowas achtet halten sammler auch nicht ganz so schön der schweif hier ebenfalls schön wild skulpturiert weht hier mit dem wind im trab das ist schon nett gemacht der schweif wurde an dieses bein hier angegossen ist also steht nicht ab ja von hinten seht ihr auch schon wieder die glocken von rom ja wunderbar und auch unten wurde es noch ganz leicht skulpturiert ok also ja man müsste wenn man es perfekt haben möchte tatsächlich die hufe vielleicht noch ein bisschen bemalen die blässe ja weiß ich nicht das ist schon ja weiß ich nicht ne und dann hier halt einige flecken die das modell schon hat hier ist auch so ein leichter fleck ihr könnt versuchen darauf zu achten wenn ihr das magazin die figur kauft damit ihr sowas hier nicht kriegt aber ihr seht diesen hengst halt nur von einer seite die andere seite müsste halt glück haben ein schönes exemplar zu erwischen ja ich möchte jetzt hier jetzt nicht irgendwie meckern oder schlecht reden das ist schon okay und für eine heft beilage ist es schon gut auch der körper finde ich eigentlich nett skulpturiert da kannst du nichts sagen also schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare zwischen sagt ich bin kein pferde profi da bin ich weit 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 von weg aber ihr habt da bestimmt auch eine meinung und ich sag ja also diese einzelnen flecken die man hier sehen kann gerade in diesem bereich ich halt noch mal für die kamera hier seht ihren fleck hier seht ihr flecken hier ist ein fleck dann das auge sitzt hier nicht sauber ist wirklich nur ein kleiner schwarzer tupfen hier ist es perfekt im auge auch das hier ist ein bisschen ja weiß ich nicht haut mich nicht ganz so weg dennoch ist es ein wirklich super schöner hengst obister was normal stelle ich da immer nur dinos drauf aber kommen wenn ich schon da habe diese kleine base stelle einfach mal den hengst drauf geht doch auch ist doch auch eine nette szene reitet hier über eine wiese im waldrand wo ja noch so ein baumstamm buch nach oben steht weil ich stehe mal hier drauf so hat einen guten stand das sieht doch cool aus oder schön so ein pferd auf den hintergrund auf eine base drauf stellen ist auch manchmal nicht wenn man sich gerade mit ganz vielen anderen in der glas vitrine stehen hat man kann es auch so umdrehen dann galoppiert er hier so rum vorbei dann sieht es wieder von dieser seite ein bisschen besser aus okay also ich finde es trotz allem eine wirklich schöne heftbeigabe qualitativ naja es ist eine heftbeigabe läuft als limited edition empfehlung fünf bis zwölf jahre nach oben keine grenzen furioso heißt der gute ein schwarzer pura raza espanola hengst so sieht aus ich werde ihn jetzt noch in 360 grad drehen lassen könnt ihr euch noch mal aller ruhe anschauen also ich finde es lohnenswert es ist eine super schöne heftbeigabe wenn ihr noch ein bisschen repainten wollt dann eignet sich das auch perfekt dazu ja von dem her das ganze findet ihr in diesem horse club magazin die nummer 47 ist glaube ich gerade brandaktuell und ja kostet halt knapp 7 euro ist schon teuer aber wenn man es dann wieder so sieht was ein schleichtpferd normalerweise kostet und hier ist halt noch ein magazin mit ganz viel wissen mit ganz viel spaß dabei vom blue ocean verlag super da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen nicht erschreckend im preis lest ihr habt eine schöne figur mit dabei guckt dass ihr weniger marken habt wie meine figur hier und dafür wünsche ich euch ganz viel glück also ich lasse ihn noch in 360 grad drehen könnt ihr euch noch mal alle ruhe anschauen ich bedanke mich bei euch fürs reinschauen wir sehen uns wieder im nächsten video bis dahin tschüss und suchts so gut ja ja Ein Rupi, yay! Ein Rupi, yay! Ein Rupi, yay!